Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Let's Play GTA Online mit dem Sarazar und dem Benni. Und es ist tatsächlich so, die beiden wollen LTS, also Last Team Standing, gegen mich spielen ganz allein und das sind fiese Kerle heute. Ja, Last Team Standing, nochmal kurz zur Erklärung, muss man vielleicht sagen, wenn du stirbst, bist du weg. Das bedeutet, wir werden ein paar Sessions, ein paar Runden machen. Last Team Standing, zwei gegen einen immer hier, weil der Tobi und der Kari, die heute nicht mehr mit uns spielen. Die Curry ist zwar noch im TS, aber irgendwie hat der was gefreezt, ne? Ja, meine CD will nicht so ganz, obwohl die eigentlich kratzerfrei ist. Ja, das ist... Er hat sich beim GameStop gebraucht gekauft, hat er sein Kleingeld aus... Also, bitte drückt dem Curry die Daumen. Ja, ich glaube, das wäre super lieb von euch. Ich glaube, ich gebe es noch zu, du warst beim GameStop, hast dir eine gebrauchte CD geholt, weil du eine normale GTA-CD leider nicht leisten konntest. Das ist leider die Wahrheit, ja. Wenigstens muss ich nicht nach Musta fragen, Gems. Der war, der war nice. Jetzt hat er ihn. Guck mal da hinten, jetzt schießen wir erstmal dem Heideltraut auf die Nase. Kleiner Mann, he? Heide. Komm mal her, mein Kleiner. Und jetzt müsst ihr mal in den Kommentaren wetten, ob, wer, wie hier, die Eier hat, ja. Die Heideltraut gegen alle mit der Heideltraut-Maske, ja. Und ihr wisst, das ist eigentlich immer ein gutes Omen. Oder doch. Der Saratzer und Benjamin Button. Da ist er ja, der schöne Waffe, Benni. Damit machst du ihn auf jeden Fall platt. Ja, glaube ich auch. Na, wo wir gehen, er wartet, er kämpft, siehst du, er kämpft. Er kämpft, da, ja. Er kämpft, der alte Holländer, guck mal, wie der gehen soll. Wir sehen, dass du oft, ich glaube, ich bewege es auf der Karte, ey. Ja, siehst du, ist auch ein Camper da, tatsächlich. Okay, gerne vor. Der hat sich ja gar nicht vom Fleck bewegt, der steht noch in seiner Base. Ah, der ist in dem Ding. Ja, der ist in dem Ding. Ausgeräuchert. Scheiße, da hab ich gar nicht dran gedacht. Okay, erste Runde geht an uns. Ach, komm. Voll geil, dafür einen Job zu starten. Ach, und jetzt ist es schon vorbei. Oh, cool. Ja, wir starten jetzt einen neuen Job auf jeden Fall. Weil jetzt die ganze Zeit bis 20 Minuten Vollsinn. Nee, komm, eigentlich müssen wir noch eine Revanche machen. Komm, Leute, jetzt hier. Eine Revanche? Das ist doch vorher voll lame, oder? Nein. Nein, willst du voll. Das liegt nur daran, weil du dich persönlich betroffen fühlst. Ja, natürlich musste jetzt meine Ehre, mein Gesicht, meine Maske, meine Amormaske waren. Okay, Wiederholung, komm, zack. Und dann können wir ja mal Quarantäne spielen, aber sind wir zu wenig. Du hast ein neuer Job hier von I'm not a hit. Äh, nee, nee, das ist gar nicht. Das ist aber neu. Warum kommen hier keine anderen Spieler dazu? Weil die nicht mehr wollen. Mit uns will keiner mehr spielen. Nee, komisch. Die haben den Circle Dance gesehen und die haben jetzt gesagt... What? What, say what? What, what in the butt? Ey, jetzt ist es time for fisting, sag ich dir ganz ehrlich. Bitte, bitte. Dennis. Dennis. Der kommt wieder aus Dänemark. Aus dem dänischen Bettenlager. Wie ich mir nicht mal Munition kaufen konnte, weil die Cheater schon die Sitzung gestartet haben. Ja, 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 labert der irgendeinen Scheiß, nur weil der es nicht aushält zu verlieren. Der kleine Scheißkopf hier. Yo, Dennis, du wirst du fertig gemacht. Abwarten. Oh, ich kann dem Team beitreten. Oh, Dennis. Hallo, Mertel. Nee, nee, bleib doch mal drüben, Benni, ne? Okay. Du wolltest es so, du kriegst es so. Also, ich setze nicht auf Dennis. Der schlimmste Tag für Sarrazan seinem ganzen Leben heute. Dennis, du wirst sterben. Das ist so, als wenn du dem Sarrazan seine Haare abschneidest. Dennis, du wirst sterben. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ich komm zu dir und werd dich umlieben. Das glaub ich eher nicht. Das glaub ich für dich mit. Das glaub ich für dich mit. Die Kugel geht in die Augen, Friede. Das glaub ich für dich mit. Das glaub ich für dich mit. Denn die Kugel wird der Hit. Komm, hör mal auf. Der Hit. Und die Amormaske. Ja, aber so lauf ich auf der Gamescom rum mit der Amormaske. Werd doch mal, wär doch mal was schönes. Ja, wär geil. Das wär echt geil mit einer Heideltraut-Amormaske. Oder eine Haft-Umba. Solltest du die patentieren, sollten wir die. Ja. Ja, unbedingt. Das ist dann das offizielle Heideltraut-Zeichen. Bist du Heideltraut? Bist du wirklich Heideltraut? Scheiß auf Crow mit seiner Pandamaske, Alter. Heideltraut ist der neue Shit. Der kleine Amor. Die kleine Amorfresse. Hast du mich gerade Amor genannt? Amorfresse. Hast du dir keine kugelsichere Wessel geholt, oder was? Ich versuche mich einzukesseln. Gar nicht immer so schlecht. Nein, Benjamin. Du bist doch die Geburt eines Anuskönigs. Du kleiner Elefant. Alter, wie los das denn? Ja, mit Bomben, Alter. Kann ich auch. Ja, kannst du gar nicht. Hast ja nichts gelernt. Komm. Siehst du, in der Schule sind sie auch mal zu zweit auf die armen Kinder gegangen. Genau, immer. In der Pause. In der großen Pause. Gerade der Benni ist so ein Mobber. Benni, willst du mal zeigen, wie du gemobbt hast damals? Puh, ja. Kann ich gerne machen. Aber wen soll ich denn jetzt mobben? Ja, den Dennis natürlich. Oh, der hat ja schon verloren. Ja, aber trotzdem, da wird er jetzt nochmal gemobbt. Solche Leute wie den Benni, ne, haben wir früher in den Beinen gepackt und dann mit dem Kopf in die Mülltonne gesteckt. Du, was hast du gemacht, Dennis? Boah, warst du ein Mobber, Dennis? Boah, Dennis, ernsthaft? Ne, ich habe nie Leute gemobbt. Ohne Scheiß. Er hatte auch das Privileg, ich habe ja viele Geschwister und das... Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass du keine Leute gemobbt hast. Ne, habe ich ehrlich nicht. Warte, 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 mach mir hier noch alles. Millionen Derby. Außer den Sarazan natürlich. Oder wir kriegen doch einfach einen Überlebenskampf. Wir überleben in der Maze Bank. Was denn damit? Da kriegen wir noch richtig fette Knete, wenn wir das gut machen. Habe ich gar nicht. Ja, doch, da. Tatsächlich, ja, machen wir mal. Geile Idee. Überlebenskampf, finde ich eine super Nummer. Hammer, ne? Ja, wo wir jetzt gerade nicht so viele sind, machen wir wieder Überlebenskampf. Wart ihr eher in der Schule jemand, der so in der Clique unterwegs war? Ich bin voll ausgerastet. Ja? Ne, Quatsch. Ich war ein stinknormaler Schüler, ein normaler netter Kerl, der nicht oft zur Schule gegangen ist. Aber macht das bitte nicht zu Hause nach. Aber mein Abitur habe ich trotzdem, das war die Hauptsache. Ich habe nicht mal ein Abitur. Ich weiß. Ich habe dich eingestellt. Bei uns geht das nur nach Penislänge. Bei uns geht es einfach darum, was jemand drauf hat. Und wer damals einsatzgezeigt hat, wird er für heute belohnt. So ist es Punkt. Den haben wir den Tobi auch entlassen. Ja, genau. Hey, wir legen los, oder? Ja, komm. Wir sind nur zu dritt. Mal gucken, wie viele Runden wir schaffen werden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viele Runden werden wir in der Mates Bank überleben? Ich sage, ihr schafft sechs. Sechs? Sechs, ja, sechs. Oh, ja, fett, 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 fett. Weg, Runden, Dicke. Warum bist du eigentlich immer noch nicht drinnen, Curry? Ist die CD echt immer noch im Arsch? Ja, mein Spiel ist, glaube ich, kaputt. Nein, Quatsch. Oh, fett, hin. Das hatte ich beim letzten Mal auch. Und da hat es halt ewig gedauert. Ist bei euch auch gerade das Flimmerbild? Ah, wird geladen. Ja, ja, ja. Das heißt, du hast jetzt schon zwei GTA Online-Versionen geholt? Nein, 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 das ging ja nach der Zeit wieder. Meine war im Arsch. Meine CD ist ja nicht beschädigt oder so, das ist einfach, glaube ich, mein Laufwerk. Was hast du mit dem Arsch gemacht, Benni? Wie so eine EC-Karte durchgezogen, weißt du? Ich bin an die Xbox gekommen, während ihr lief halt. Und dann ist, glaube ich, dieser Lesekopf ist dann unten an die CD gekommen und da war so ein fetter Schatz drin. Mein kleiner Bruder ist mal auf das Laufwerk meiner Xbox. Also ich habe das Laufwerk aufgemacht, weil ich eine CD raustun wollte und bin dann kurz weggegangen. Und dann ist er da draufgetreten und da ist es umgeknickt. Aber du hast doch auch mal was mit Red Dead Redemption, ich erinnere mich. Da warst du voll am Heulen. Da warst du schon voll lange her, aber warst du noch klein. Ich bin ja ein Riesenfan von Rockstar Games und dann habe ich mir die neue Xbox gekauft, diese Slim-Dings da. Ja, habe da früh ein Monitor damals in Zahlungen gegeben. Ey, so Hartz IV war ich. Ja, und jetzt haben wir ja alle YouTube-Money und so, wir können uns ja zehn Xboxen kaufen. Und äh... Du fragst dich, warum manche Leute... Ja, das ist doch der Avogante. Sorry, aber so denken die Leute doch. Wer das jetzt ernst nimmt, der weiß, dass ich ja damit recht habe. Nee, aber das Ding ist, dann habe ich sie da reingekannt in die CD und habe die Xbox dann ein bisschen bewegt, aber man hörst du nur so... Ja, genau. Und dann war die ganze CD kaputt. Und das war eine Limited Edition von Red Dead Redemption. Alter, ich mich abgefuckt darüber. Alter, weißt du, hat meine Mutter nach Tschechien dafür verkauft, nur dass ich mir das Spiel kaufen kann. Das würde mich in Dennis sogar zu vertrauen. Klar. Mommi, ich will Red Dead Redemption. 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 Ja, aber ich möchte ganz kurz noch was klarstellen, das glaubt mir ja keiner. Ah, warte, wo stehe ich denn hier? Aber das kann ich ja gerade mal nutzen, weil ich ja über Geschwister rede. Das... mir glaubt keiner, dass die Pandoria mit mir verräumt ist. Das hat sie selber schon zugegeben. Also zugegeben ist ausgegeben. Nee, aber das ist tatsächlich so und das glauben mir die meisten nicht, die denken, ich verarsche die. Ja, wer war der Beste, wer war der Beste von uns? Ähm, hab ich nicht oft geachtet, Gott sei Dank. Ja, du hast zwei Kills. Ich hatte zwölf. Nee. Aber ich muss sagen, ich vermisse den Saratza ja so ein bisschen in Köln, du wirst irgendwie zu Köln wie der Kölner Dom, weißt du? Nee, ist so, ist so. Aber der Benni kommt ja bald vorbei. Ja. Obwohl du deine L.A. bist, muss man sagen, du wirst und du wirst immer költschig jung bleiben. Ja, das auf jeden Fall, ne? Nein, das ist immer meine Heimat, aber ich bin auf Elfte. Aber ich finde halt Reisen so schön und ich finde es schön, die Welt zu entdecken und das ist was Tolles. Aber weißt du, wenn du, wenn du in den Kölner Dom siehst, ne? Bevor du zu alt bist und dann nur, ne? Ja, da hast du recht, das stimmt. Wenn du auf den Kölner Dom steigst, das ist halt auch wichtiger als Leben. Aber bei mir ist es tatsächlich so. Nee, das ist wichtig als Leben. Bei mir ist es tatsächlich so. Immer wenn ich den Kölner Dom sehe, fühle ich mich äh, zu Hause. Ich weiß eigentlich warum. Obwohl das eigentlich ähnlich ist. Ja, mittlerweile. Aber du freust dich einfach den Dom zu sehen, weil du weißt dann, ah, ich bin zu Hause. Das finde ich, glaub ich, ich hab das ihm kaum, äh, keine Ahnung. In Städten gibt es sowas, glaub ich, gar nicht so oft. Weißt du? Ja, wohl, das sagen die auch Berliner und so, ne? Wenn die dann den Alex sehen, fühlen die sich auch zu Hause. Die Berliner. Aber weißt du, die ganze Mentalität in Köln, so die Leute, weißt du, in Berlin sind die alle so... Das ist ne gute Mentalität. Ne, aber kann man ja auch nicht fallgemein, dass die Berliner sind. Ich hab sehr viele coole Leute in Berlin. Ich mag Berlin voll gern. Ist ne super Stadt. Liebe Grüße an dieser Stelle an alle, die ich in Berlin kenne. Aber die schönste Stadt... Und natürlich auch an alle, die aus Berlin zuschauen, oder? Das ist Köln-Evornia, oder wo auch immer ihr gerade seid. Dann ziehen wir ja ganz gut durch, ne? Klar. Ja, ist aber auch erst die zweite Welle, ne? Hat der Benni gesagt. Und das mag was heißen, wenn der Benni das sagt. Ah, der ist down, okay. Vorsicht. Da kommen sie. Aber in Hamburg gibt's das ja auch, ne? Ja, Hamburg. Da war ich mal in den Beatles. Die Speicherstadt finde ich voll schön. Ja. Zum Beispiel. Oder der Hafen, da haben wir so ne Hafenrundfahrt gemacht. War auch so krass. Er war das größte Container-Chef der Welt da. War cool. Welle 2 überlebt. 29 kills insgesamt. Guck mal hier auf Platz 1, Ladies and Gentlemen. Aber ganz knapp. Mit Heidel-Traum-Maske-Bitches. Kich hört's auf, ich hab keine Lust mehr. Ja. Bist du raus? Wie ich ihm das zutraue. Wie ich ihm das zutraue. Wie ich ihm das zutraue. Weißt du? War so blöd. Ah, ja. Mal wieder ein Überlebenskampf. Kann man ja mal zwischendurch machen. Ja. Ja, das ist gut für Money-Making. Oder einfach YouTube-Videos machen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt eine Granate werfen würde und ich auch erwische, würdest du dann sterben oder ist es Friendly-Fire? Es gibt keinen Friendly-Fire, glaub ich hier. Du würd, okay. Ich bin aus Stahl, weiß ich. Mir passiert nichts. Weil wie er die Granate ansetzt. Aber Walle, das ist keine gute Praktik, mit einer Granate rumzuschmeißen. Oh, warte. Hm. Wusstest du's auch nicht? Wolltest du mal probieren, so just for fun, weiße? Ja, klar, hau aus den Scheiß, Alter. Okay, los geht's. Aber bis jetzt sind wir gar nicht mehr so schlecht. Ne, sind wir auch nicht. Ich hab zwar noch keinen gekillt in dieser Runde, aber das ist ja nebensächlich. Alter! Das ist nicht so wichtig. Haben sie nicht? Alter, eigentlich war ich da tot. Ne. Weil die mit Shotguns spielen, da darfst du die nicht vor denen stellen, ne? Ja, hab ich gemerkt. Hab ich wohl gemerkt. Da machte Peng Peng und Kugel in deinen Kopf. Na, wer ist der schlechteste Spieler in dieser Runde? Curry! Naja, gut, naja, gut, das zählt ja nicht. Das bin leider doch ich. Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Ich glaube, da kommt, ne, da kommt noch kein Auto. Aber die Walle packen wir, wollte ich jetzt sagen. Die Welle packen wir. Da geh ich mir kurz was zu trinken holen. Ich bin gleich wieder da. Ihr seht ja das Bild. Äh, äh, Benni, da kommen, glaub ich, an. Oh, von hinten. Ja, und die kommen mit dem Auto. Alter, wie viele da jetzt kommen? Ja. Alter, und das ist erst die dritte Welle. Und ein Hubschrauber vielleicht oder so. Oder ein Auto, ja. Ein Hubschrauber. Oh, wo war alles? Und von hinten auch. What an idiot. Packen wir, Benni, packen wir, komm. Ihr schaust das, Junge. Die sind alle da unten. Welche Map spielt ihr denn? Mace. Den kannte ich noch gar nicht bisher. Nee. Nee. Die ist aber ein bisschen blöd für Deckung, finde ich, also. Ja, ja. Finde ich auch. Die lauft eigentlich, damit du... Wobei hier oben geht's, finde ich. Da bin ich auch schon wieder. Hallo, Sarazza. Was triffst du denn schönes? Hm. Ein leckeres Energiegetränk. Ein Sportgetränk mit Vitamin B3, B6 und B12. Wow. Tropical Mango heißt es. Die Marke sage ich nicht. In Amerika ist alles irgendwie angereichert mit so Zeug, ne? Vitamin. Ja, vor allem gibt's hier einfach so, weißt du, die ganzen... Oh, wir haben aber abgeräumt hier. Da war ich aber heftig gut drauf heute. Boah, so gut wie du gespielt hast, ne? Ein Wahnsinn, oder? Bist du begeistert? Ja, vor allem sind die Flaschen hier einfach achtmal größer. Ja, das stimmt. Da gibt's doch alle haben. Du kannst nicht da, ne? Mhm. Die sind voll am overdriven. Voll am overdriven. Sollen wir einfach hier runter in den Brunnen gehen? Wir brauchen jetzt langsam mal eine Position, die ein bisschen geschützt ist, ne? Wenn wir die Wellen überleben wollen. Ja, ich hab ja alles Gute. Ich glaube, das Gute ist hier, wenn du viel läufst. Kommt doch heute hier hoch. Der hat Piece of Shit zu mir gesagt. Was heißt das eigentlich wörtlich übersetzt? Stück Scheiße. Stück Scheiße, ja. Stück Scheiße ist das, mein Freund. Wo er nicht ganz Unrecht hat. Das wollte ich gerade sagen. Ich weiß, wie viele dir jetzt zustimmen werden. Ja, ich weiß. Das ist so traurig, leider. Mit jeder Beleidigung hast du den Arme. Ja, mit jeder Beleidigung. Auch wenn du der gehatteste Let's Player bist. Ist teilweise auch. Ist echt krass. Warum? Ich könnte dir jetzt sogar zwei Stunden lang nur nette Sachen sagen. Und würde ich einmal irgendwie einen blöden Spruch bringen, haten mich direkt alle. Das ist so krass. Aber du bist ja immer an den Ausreißern gemessen, weißt du. Ach, mich haten auch voll viele Leute. Es gibt so viele Leute, die mich nicht leiden können. Ja, aber ich nehme das mit Humor so, weißt du. Ach ja, musste ja leider. Guck mal, wenn wir das alles uns zu Herzen nehmen würden, was die Leute dann über uns Hass-Tiraden schwingen. Auch einfach völlig unberechtigt. Hm. Weiß nicht. Gut, manchmal bei dir ist echt nicht unberechtigt. Ja, aber. Du wirst ein Prüter sagen. 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 Hast du von einem wahren Freunde, die jetzt nette Worte erwartet? Ja, ja. Ich bin halt ja trotzdem zu dir. Aber wenn du ein Spasten bist, bist halt mein Kumpel. Ich nehme nur mit dem Balle auf, weil das vertraglich so gesichert wurde. Ja klar, natürlich. Denkt sich jedes Mal so vor, geht ja auch, ne. Hoffentlich kann der heute nicht und so. Genau, der Dennis hat mir 5 Euro gegeben. Oh, ich bin tot. Ich habe mich jetzt gerade nicht konzentrieren können. Ich habe nochmal nachgerichtet. Es waren doch nur 480. Ich bin tot. Äh, Benni, ne? Helikoptern, Luft und so und du alleine. Wo ist der Heli? Ah, da waren wir wieder blöd am Quatschen gerade. Haben wir uns nicht konzentriert. Aber der Benni, der hat erstmal versteckt. Benni. Benni. Du kleiner Elefant. Jetzt alle in die Kommentare. Benni. 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 Am besten auf dem Slay Massive Kanal. Du kleiner Elefant. Slay Massive. Könnt ihr mal sagen wo der ist. Könnt ihr was sehen eigentlich. Könnt ihr spektaten. Ja. Ich kann nicht spektaten. Der Helikopter ist direkt vor dir alter. Vorsicht da oben ist einer. Dreck vor dir. Dreck vor dir ist der Typ. Oben auf der Brüstung. Nein, dreh dich um. Nins hinter dir. Hinter dir. Schieß auf dich. Oh man. Und jetzt der Helikopter dann. Ach, da ist er. Wo. Gehen der Kumpel, 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 geht unter das Dach, Benni, geh unter das Dach, Benni, geh unter das Dach, Benni. Benni. Boah, voll übersteuert. Boah, was war das denn für ne Übersteuerung gerade? Benni. Hilfiger, ey. 2400, man hätte auch 20.000 mal gekündigt, wenn der Benni nicht so unfähig gewesen wäre. Ich hoffe, ich bin nicht viel zu laut, wir hatten ein bisschen Tonprobleme. Wahrscheinlich bin ich in der letzten Folge alle viel zu laut, ne? Nee, glaub ich nicht. Wollen wir zum Abschluss der Folge noch nichts für Feiglinge machen. Und Rennen hier, komm. Ja? Immer schnell hier. Ganz schnelles Rennen. Okay. Bin dabei. Ähm. Ah, das war ja echt ein Fail gerade. Ja, machen wir nochmal einen Überlebenskampf in den nächsten Folgen. Also das müssen wir wieder gut machen. Das ging ja mal gar nicht. Das hagelt Dislikes wieder. Haben wir doch gar nichts gesehen. Ja, ja, drückt, drückt mir doch einen rein. Gib mir lieber, gib mir lieber ein Like, dafür, dass wir hier das alles auf uns nehmen. Dafür, dass ich mit dem Dennis spiele. Ja. Der mir mit 4,80 Euro bestochen hat. Aber es waren 4,85 Euro. Ich mache Anzahl der Runden, ich mache nur eine, die letzten Scheine. Weißt du, ich trinke gerade ein Erfrischungsgetränk der Marke Coca-Cola. Bah, hör auf, das darfst du nicht sagen. Gibt es ja auch noch. Es gibt auch andere Softdrinks wie Afri-Cola, Fritz-Cola, Pepsi. Aber wer trinkt denn sowas? Aber auf jeden Fall trinke ich hier eine, eine, hm 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 von René. Ja. Und das ist eine Sammeldose. Zwei von 24. Und äh, wollte ich einfach nur gesagt haben. Ey, was habe ich denn für ein Auto gewählt? Ist doch von der... Oh, ich habe den falschen gewählt. Kann man die zurück... Nein, man kann die zurück... Boah, was es hier für Karren gibt mittlerweile. Ich habe ja nur den zur Verfügung quasi. Ah, nehme ich mal den. Ich finde aber die Autos bei Watch Dogs, finde ich teilweise richtig geiler. Zum Beispiel die Sport-Mustang-Verschnitte. Ah doch. Ja, aber trotzdem, ey, ganz ehrlich, GTA hat die Nase vorne. Ohne Frage. Ja, so Gameplay-technisch, alles. Also im Gegensatz mit der PC-Version auch. Ey, du bist ja noch schlechter am Rennen fahren als ich, Dennis. Ja, weil, ne? Ist so. Das enttäuscht mich jetzt gerade. Ja, irgendwie... Aber ist auch mies irgendwie, dass man immer nur Erster werden kann, ne? Dann gezählt wird. Sonst hast du ja immer eine Niederlage. Mach dich vom Acker! Wie er versucht zu drehen. Wie er dreht. Nein! Oh nein! Wie ich dir das... Nein! Wie ich dir das könnte. Guck mal hier. Oh nein! Nein! Tja, mit zwei zu streiten, ne? Ja, freut sich der Dritte. Hau dir mal um! Benni, hau ihn mal um! Wie er so eine früchte Typ, ne? Ey, das ist eine ganz gute Strecke. Nein! Wo fährt man hier lang? Hä? Boah! Da muss man sich aber ein bisschen entgegen verändern. Das ist cool. Wie er es versucht hier wieder. Alter, danke! Wie er mich dreht! Ja, du hast mich aber auch gedreht. Das warst du selber schuld. Alter, die Strecke ist ja saun-nice. Gib übrigens eine Runde. Boah! Nein! Alter! Du hast geglitscht! Penner! Du Penner! Tschüss! Oh nein, das war's! Tschüss! Okay, da muss ich mich... Alter! Ah, jetzt red der Benni mir auch noch rein! Alter Benni, du hast das Rennen doch schon beendet, du Arsch! Ich konnte nicht mehr steuern. Ja klar! Der Benni ist so'n alter! Hallo! Ich kann nur ausmählen, ich bin im Ring-Spiel-Zweißer! Ja klar, das sagen sich alle! Lalalalalalalalalalalalalalala! Puh! Boah! Das ist super steuer, das aus dem Mikrofon! Sein Kopf ist gerade einfach nur so plopp! Ja, die Autonomer Steuer hat wahrscheinlich eingesetzt. Du bist Dritter, hey, ich freu mich! Die Decke in die Pop, wo man draufdrückt und die Augen so rauskullern. War das wieder lustig, hatte ich Spaß Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag Und sehen uns wieder in der nächsten Episode Ciao Ja beim Rennen voll abgeräumt Überlebenskampf war auch voll super Lieb wieder richtig bestens hier bei Let's Play GTA Online Und wir wünschen euch natürlich wie immer einen schönen Tag Und freuen uns auf die nächste Folge Gemeinsam mit euch Ciao mit V Outro